und damit herzlich willkommen zu let's play graveyard keeper heutzutage der frau keine ahnung was macht man heute ich könnte noch mehr eisen machen rein theoretisch ich habe es übrigens nicht herausgefunden was ich machen muss aber ich weiß was ich jetzt tun werde irgendwie kann ich diese kiste nicht bauen ist aber nur kiste ja kann ich oben nicht bauen ich weiß jetzt nicht warum aber ich würde gerne in die dings gehen in die mine davon noch mal jetzt auch mal was ich will es erst mal so ziemlich alle rezepte die ich habe einfach mal machen ob ich normalen teig machen kann kurz irgendwie fehlt ja nämlich noch jetzt brauche ich auch noch einfach nur ein bisschen mal um vorwärts zu kommen es gibt bestimmt noch etwas wenn ich alles mal gemacht habe kann ich eigentlich auch essen mehr passt da leider nicht rein das ist toll ich könnte noch ein bisschen wählen auftrag geben aber nur dass wir wieder platz ist auch wenn ich jetzt nicht mache gut spiegeln lassen wir erstmal tost mit zwiebeln klingt auch gut ist echt für den arsch wenn ich erst mal so sagen darf okay die keramikkrüge brauche ich eigentlich gar nicht wenn ich darüber nachdenke davon nehme ich noch ein paar mit die könnte ich gebrauchen ich will vor allem die pulver mitnehmen und die werde ich dann später auch analysieren scheiße erstmal auf die quest und kommen einfach versuche einfach hier weiter zu kommen ich weiß noch nicht was mit dem opfer bereich auf sich hat ebene 6 wir kommen bestimmt noch viel schlimmere sachen auf mich zu eine höllenfledermaus das sieht aus wie gold das ist gold ne geht wirklich nur so die höllenfledermaus könnte gefährlich sein vor allem scheint die eine art lava zu machen bin schon voll das geht halt so schnell scheiße auf die saat scheiße den keramikkro ganz ehrlich du musst echt nach jedem mal sofort raus weil du findest so viel kram ich habe einen kopf das wird langsam weniger ich dachte es kommen vielleicht ein paar gegner nicht mehr und ich finde kriegt vielleicht ein paar sachen einfach nicht mehr also so ich Ich gebe es so, dass ich es so, dass ich es so, dass ich es so, dass ich es so. ich vermute mal unten ist es falsch scheiß auf diese turnschüsseln ich überlege gerade ob ich vielleicht das holz doch wieder zu lege weil walten kriege ich mehr als genug mit der saad kann ich vielleicht noch mehr anfangen bald mal scheiß auf die rübensaat zur not kann ich dir auch das ist dessen problem 8 schaden wo der das feuer ist schlimm nein ich bin tot ok du bist tot ok und jetzt habe ich noch alles dabei ok will ich mich nicht beschweren jetzt bin ich doch mal drauf gegangen möchte ich ein paar sachen einfach wieder mitnehmen goldene saad ich habe auch noch nicht geschaut wie ich an links komme ich wollte tatsächlich gerade noch einen teiltrank nehmen aber es war schon zu spät ok ist auch mal drauf gegangen offiziell drauf gegangen ich sag mal so machen wir diese diesen krug dabei ich habe keine ahnung eigentlich bringt aber überhaupt nichts ich habe es gedacht wie praktisch aber auch ne von asch die pulver pack mal hier rein so kann ich gerade nicht einschmelzen aber die saad kann ich hier reinpacken gut scheiß um zu passen genau bringt das bierdurst ok das ist ja toll ok habe ich geld dabei nicht wirklich ich nehme die ganzen steine hier ich überlege gerade habe ich einfach ein bisschen was von dem anderen kram mitnehmen sollte ich kriege ich ja was von dem schmied dafür ich hole mal noch ein bisschen kohle würde ich sagen und nach neben noch ein bisschen eisen mit und gucke ich mal dass ich das im schmied verkaufe alles die müssen ja schon weg sein die ok sind sie auch ich schätze einfach mal die herrschaften da drüben sind soweit bedient aber ich muss dann trotzdem mal gucken ich brauche einfach noch eine bessere spitzhacke ich weiß nicht ob sie über level 2 geht könnte aber sein dass man bestimmte sachen einfach nicht kaufen kann und dass man die dann quasi selber herstellen muss weil man braucht irgendwie ein anreiz außer nur geld dass man sich in gewissen bereichen einfach fortbildet finde ich zumindest nützlichen spielen wenn du die sachen klar es ist nützlich wenn du geld spaß aber wenn du quasi nicht mehr klaus also irgendein bonus muss es dafür geben dass du dich in bestimmten bereichen spezialisiert weil meistens ist es ja so dass du eine begrenzte anzahl an erfahrungspunkten zum beispiel hast die dann rein tierisch investiert du brauchst irgendwas was du zurück bekommst weil sonst ist es einfach nur doof wenn du zum beispiel nur das profan ist wie geld kriegs was du auch auf andere weise generieren kannst ich weiß immer noch nicht wie ich die kiste da drüben hinkriegt okay ich wollte schon sagen die muss jetzt irgendwann kaputt gehen und wie das kann ist problem mit der kohle wie kann ich jetzt hier okay technologien alles schmieden ich weiß halt echt nicht was ich machen muss dafür das hier das ist für ein zombie steinbruch holz holz arbeit ok kriegst mehr raus werkbank für holz 2 das ist alles schön und gut probiert mal große bäume von 2 zu kommen okay bestimmt nicht verkehrt das mal zu machen vielleicht darf ich es dann ich habe schon einmal kohle rausgekriegt ich weiß nicht wie ich das mit der kohle verhindern kann da komme ich schon noch dahinter das gemein wie der malus immer wieder triggert jetzt kann ich auf jeden fall die großen sachen kaputt machen ach nee ich muss ja gar nicht zum händler ich muss ja eigentlich zum links aber jetzt bin ich schon mal hier jetzt kann ich auch weitermachen scheiß so als könnte ich wirklich alles machen jetzt das habe ich schon gemacht verkaufen säure brauche ich auf jeden fall auch gott so viel habe ich gar nicht fünf will die dafür hast du muss gucken wie ich will hersteller dann kann ich das auch verkaufen da mache ich irgendwann weiter soll die olle schwindmeere doch streiken weder egal das zeug verkaufen morgen ich muss auch gucken wie lange der stein eigentlich noch hält der schleifstein hat gar nicht mehr weil er jetzt weg ist das ist gut dann kann ich mich morgen 9 kaufen so was machen wir als nächstes toast mit zwiebeln aber gemacht aber die zwiebelringe als nächstes irgendwann durch öl reingepackt da ich bin wieder voll geheilt gewesen das ist interessant so davon haben wir jetzt alles bis auf das spiegelei fisch nuggets ich arbeite trotzdem noch mal ein bisschen was bestes zu tun habe ich ja gerade ähnlich habe ich glaube ich lasse lieber gleich noch mal ein bisschen schlafen einfach nur dass ich nicht gleich mit dem walus habe morgen früh verkaufen erstmal alles fischsuppe auch nicht brauche ich hier noch irgendwas hier das nehme ich mal mit vielleicht wird das ja auch haben passt so zeit geld zu machen und ja das mehl nehme ich extra mit sorry kann ich mir noch eine zeit lang nicht leisten glaube ich so du bist noch gar nicht da wie wäre es wenn du mal aufstehst ich habe es jetzt nicht eilig im spiel massiv schnell vor voranzukommen das problem hatte ich in studio valley dass ich dann nach anderthalb jahren alles erledigt hatte schon das blöd so geht gar nicht ach komm scheiße ok fangen wir mal anders an so gar nicht schlecht immer noch fünf neuer schleifstein den ich auch nicht verkaufen kann habe ich die steine noch dabei gut die verkaufen auch gleich was heißt denn das kann ich ja in der kirche ist eine ziemlich große sache wenn so durfte ich neue zimmer und tische ok könnte ihm verkaufen aber die zwiebel ringer 79 der nicht geld der typ der hat mit aber auch richtig geld dann habe ich noch sieben aber ein fisch weiter nicht kaufen möchte ich mal festhalten ich würde gerne alle sachen die ich hergestellt habe auch wenigstens einmal essen weil ich nicht weiß ob es dafür ein achievement gibt was hast du eigentlich neues für mich immer noch nur acht aber mal schauen was wir machen immer wieder runter weil hier möchte eigentlich gerade nicht ich wollte noch machen wenn ich darüber nachdenke ein paar von den lebenswindeln sollte ich behalten und jetzt auch das ach hier ist er drin gelandet ok dann habe ich nichts gesagt die verschnack jetzt müssen raus aber eigentlich wäre schon fast wäre es mir fast am liebsten wenn ich da oben arbeiten könnte ja hier kann ich hier kann ich die kiste bauen warum geht es da oben nicht ist das ein bug aber hier geht der papier macht schon weiß warum brauche ich weiße farbe da gibt auch gar keinen sinn ich will die ganzen pulver mitnehmen zum analysieren würde ich gar mit denen hier fertig werden ein bisschen die pulver sind wichtig übrigens sehr viel alchemie ok das haben wir alles vielleicht habe ich schon mal gemacht auf jeden fall omelette lasagne fehlt auch noch was nudeln geht gerade auch nicht kohlsuppe kohlkürbis habe ich schon gemacht gemütensuppe glaube ich auch ok dann lassen wir es erstmal gut sein ich muss weiterkommen mit technologie sehr 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 wichtig aber fehlt aber noch was und ich nehme ich auch mal mit so weiter geht es in technologie hier scheint sie laut ok kann ich auch analysieren sollte ich vielleicht mal machen geht auf jeden fall vorwärts schade nicht ein bisschen papier dann herzustellen glaube ich noch der arsch wollte er halt mein wein nicht ärgert mich immer noch der scheiß drüber du auch nicht wahrscheinlich muss ich den selber kältern aber ist doch scheiße erst mal guck ich dann ich fange mal mit der haut an der lederhaut bruder und flüssigkeit geschichte aus bruder giftiges puder ordnungs puder todes puder das braucht gar keine wissenschaft sachen auch gescheidung schweinigung spuder auch d oder uns beeilen wollen wir wissen schafft es reichen ok die kann ich auch untersuchen was schon das hat irgendwie nicht den gewünschten effekt gegeben wenn ich ehrlich bin sehr beschissen ok die pute aber durch das ist schon mal gut wir machen doch fortschritte auch in die werkzeuge richtig viel brauche ich habe jetzt irgendwie nicht so viele blaue dinge bekommen wie ich gehofft habe vor allem von dem puder nicht wenn ich davon ausgang dass da mehr raus kommt oder rum kommt ja auch was auch immer wisst schon ein bisschen enttäuschend erhalten geht nicht jetzt rote punkte für das stahlschweck die kaputt ok die ganzen pulver können raus alle pulver können mit ok die pulver kann ich weghauen das ist gut das ist wirklich tatsächlich das geht langsam kaputt hätte ich nicht gedacht ich dachte es ist so ein endlos gegenstand aber ist gut dann brauche ich die pulver nicht mehr ob ich die grüne was machen kann habe ich keine ahnung die herze kann ich bestimmt auch noch so viele geschichten ich weiß noch gar nicht was ich mit dem machen kann aber ich finde es raus ok gehen wir noch mal runter und lasst uns umlegen scheiße erstmal auf die hauptquests scheint alles noch gespeichert zu bleiben das ist gut das heißt das ist überhaupt gar kein problem rüstung habe ich an oder ja shit es hat aber auch seine nachteile dass es nicht respawn das zeug die 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 Vielen Dank.